So, heutzutage und gentlemen, ich komme hier zurück zu Borderlands 2 Spider-End Ritter Spinnenameise Ritter Warum eine Spinnenameise? Warum kein Ameiseneinhorn? Zum Beispiel Oh, oh Oh, wow Wow, der Ritter ist ja Der ist fett Buck Gulch Buck Komisch, hätte niemals gedacht, dass es Warum Warum? Oh, okay, ich verstehe Mhm, 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 mhm Äh, ich muss mal Oh, was? Oh, ich verstehe Ich verstehe Hi, alles klar Ja, ihr Habt ja Spaß mit meinem Geschütz Oh, nein Oh, ich hasse dich Verdammt Was ist denn mit dem? Oh, er ist tot Fluch Oh Oh Okay Nimm Mac Mac Nellys Mac Nellys Recorder auf Und wo ist der schon wieder? Nee Witzig Ganz ehrlich Wie gut, dass ich Selten hier bin Weil Oh, ii Hat der gerade Spinnenweben auf mich gespinnt? Eklhaft Wow Wow Okay So, kommen wir wieder durch? Nee, oder? Komm, das sind Autos Und außerdem bin ich jetzt eh auf dem Auto Von daher Gut So Ellys Garage Brauchen wir nicht Wir brauchen Mac Nellys Recorder Und den kriegen wir Wir müssen links Rechts fahren Jawoll So, dann einmal hier bitte fahren Und dann müsstet ihr ja eigentlich Ah Wie du selbst Sind Feinde im Level aufgeteilt Ziele mit deinem Fange So ein Feind Um dich über sein Level zu informieren Feinde, die einhören Fügst du nur reduzierten Schaden zu Feinde mit Schädelzimmern Solltest du ausweichen Bis du im Level aufgestiegen bist Pass auf, Untertan Diese Gegner sind viel stärker als du Siehst du, wie du siegenbringt Oh Wow Okay Wow Komm her Jawoll Okay Der hat einen Totenkopfschädel Hm Was ist das jetzt? Was ist das? Wer ist Moonshiner? Wer ist das denn? Sind hinter dem Alkohol her Sie dürfen nicht auf die Alkoholkisten schießen Ah Ich verstehe Ich verstehe Das ist das mit dem Mit dem Alkoholiker Ah Ja, lustig Los 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 Okay Verstehe Aber wo sind jetzt die anderen? Ich hab ja schon mal hier ein paar Kisten unter geschossen Wahrscheinlich sind sie jetzt weg, oder? Wahrscheinlich Ja Oh nein Wahnsinn Unfassbar Ist ja cool Haha Jawoll Bierflaschen Bierflaschen Damit kann ich ein paar Bierflaschen füllen Nur so Oh, aber Oh 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 Diese Oh oh, nein Nein, nein, nein Dämlichen Rifle Sorry Moxie Ein Badass Seit wann gibt's von diesen Teilen Ein Badass Variante? Na gut, zu wissen, oder? Die haben ein verdammtes Geschwitz drauf Nö Ja gut Gut, gut Da muss ich jetzt hier nicht weiter Oh, oh, ui Da fällt er aber Da fällt er aber Da fällt er aber So, alles klar Mhm Ja, das ist ja ziemlich krass So, tiefen Hyperion Ja, alles klar Okay Okay Äh, ganz schön Das ist Was ist das jetzt? Eine Eine Karab... Uh, interessant Aha Wow 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 Und jetzt kommt hier Darüber gefetzt Äh Was zum Teufel Fetzen hier eigentlich Für, für Fahrzeuge rum? Nur so, weil es mich interessiert, ne? Wo ist denn jetzt der Moonshiner? Wo ist denn jetzt dieser Moonshiner? Badass? Ne, echt nicht Brauch ich halt einfach echt nicht Okay, gut Ne, das ist... Okay, gut Ich glaub, wir sind fertig für hier Ich glaub, wir sind fertig Weil wir müssen definitiv Erstmal im Rang aufsteigen Dass wir hier noch in the dust Irgendwas jetzt, ähm Ähm, 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 ähm Hinkriegen So Also ich hätte jetzt Ganz Ah ja, kehre zu Scooter zurück Aha Tötet die Die Landbesetzer Sanctuary Oh Während des Angriffs Aha Sanctuary Hört sich doch cool an Hört sich doch eigentlich echt cool an Muss man schon sagen Und daher Gibt Stoff Ah, da ist die Der Moonshine 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 Wohohohoho Das ist ja lustig Aber das ist halt auch echt schwierig Ja Okay Naja, was sollst Haben wir schon mal Äh, haben wir schon mal die Hälfte Ist doch schon mal gar nicht mal so verkehrt Sechs von Zehn Also Geht doch, geht doch, geht doch Hier, wunderbar Aber ich möchte jetzt echt Trotz mal lieber Wir sind gegen nichts gefahren Mal wieder Wie Wie es halt so ist Three Horns Divide Okay Sanctuary Hole Und wir holen uns den Safe wieder Oh Safe hört sich eigentlich Meistens gut an Eigentlich Meistens gut Das ist auch natürlich schon wieder so ne So ne Geschichte Und Okay Habe ich echt Eigentlich Ganz schön viel Lust Jetzt mal zu sehen Wie es aussieht In Sanctuary Also Ex Sanctuary wohlgemerkt Ist ja Klar Oh ja Moment mal Ich habe gedacht Diese Brücke wäre zerstört gewesen Oder 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 Was war jetzt da Oh Was ist das denn Sanctuary Hole Oh Oh Was Das war mal Sanctuary Ehrlich So sah das mal aus Ne Oder Ein Marauder ist da Ah Aber da geht es ja nur leider so runter Jemanden der Irgend Der Was So Oh Oh Ja Nein Nein Noch Einer Mein Gott Über diese Dämlichen Oh Ja Was war das Was haben wir für einen Verdammten Granatenmord Jetzt Erzeugt zunächst eine Implosion Die Feinde in Richtung Seit wann habe ich das Wieso Weiß ich davon nichts Warum haben wir schon wieder Was Was nicht fallen lassen Was denn nicht fallen lassen Hä Was In die Caustic Kannst du mich verarschen Okay Mann seid ihr Schwachmaten Ganz ehrlich Ja Aber immer eine coole Küste So ungefähr So Ja Ja Boom Shagalaka Stipp 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 Wahnsinn Wahnsinn So Next Level Okay Aha Endlich mal Endlich mal Ein Klassmord Für uns Naja So Also Wir haben Mehr Leben Oder Ich Ich Regeneriere Gesundheit Aber Ich Tja das ist Natürlich Richtig Ne Ah Mann Okay Naja Ich meine Es ist gut 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 Wow Haben wir lange Arme Fällt mir grad so auf nebenbei Was 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 Möchtest du Ne Kann ich springen Es ist zu hoch Für ihn Es ist zu hoch gewesen Oh Oh Jawoll Also Dieses Gewehr ist Echt Ziemlich Stark Muss ich Sagen Ziemlich Stark Also Echt Ziemlich Stark So Der Britzelt Nein Er Wow Was Warum Das Jetzt War Keine Ahnung So Da Da Hier ist nochmal Muni Dankeschön Sehr Gut Gute 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 Ui Ui Ey Da ist Goliath Goliath ist gestorben Goliath ist gestorben Aber wir müssen hier hoch Da müssen wir Unbedingt hoch Weil da oben schon wieder Eine gute Kiste ist Eine gute Kiste Für mich Für uns Oh 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 Verringert erlittenen Schaden Durch verschiedene Schadensarten Nicht elementarer Widerstand Erhöht Schaden Er von einer bestimmten Pistole Ja Nein Aber wir können es trotzdem mitnehmen Verbessert Nahkampfschaden Ach wir nehmen wir nochmal alles mit Komm Ich will jetzt Nicht nachdenken Müssen wir jetzt runter gehen Was war das jetzt Achso Speicherpunkt Natürlich Selbstverständlich Selbstverständlich Si 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 So Ah Gut gut Äh ups 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 Ähm Ups War jetzt unvorgesehen War jetzt leicht unvorgesehen Aber So Dann gehen wir jetzt mal da runter Töte die Landbesetzer Achso Eier stimmt Drei Stück Tja Oh Wah Oh Geil Wenigstens sterbe ich Wow So Ja Ja Oh ja Dankeschön Sehr gut Au Habt ihr es gehört Das war mein Arm Mein Knochen Was hat der für eine geile Waffe Tja Jetzt war sie mal geil Er hat sie nicht fallen gelassen Er hat sie nicht fallen gelassen Also Muss man auch nicht Ist Wow Also jetzt aber Jetzt aber Okay Okay Wow Coole Sache Nochmal Geld 16 Dollar Yeah Kein Durchgang Natürlich nicht Munitionskiste Ja Sehr gut So lobe ich mir das Okay So Oh Hallo Nö Ganz schön schlecht 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 13 Dollar Sind unglaublich Schlecht Sah das so unter Sanctuary aus Jetzt echt Sah das so aus Warum sah das so unter Sanctuary aus Was hat das jetzt für einen tiefgründigen Sinn gehabt Außer dass jetzt hier Rumgegraben wurde Aber Was weiß ich Ah ja Kann ich einfach runterspringen oder Pss 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 Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht Dass das da unten so drunter Oh Kommen Boah Dann machen wir gerade eine Pause Einmal reicht Vielen Dank fürs Zuschauen Ich habe euch gefallen Wenn euch das nächste Video bei BORN2 mit mir Der Weisert Mein Name ist es für heute Auf Wiedersehen Tschüssi Tschüssi